Hey, ich bin der Stefan. Ich stelle dir heute den Edelried Caddy vor. Einen mega praktischen Seilsack für die Kletterhalle. Und warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Was ist das Praktische am Edelried Caddy? Ganz einfach. Du weißt klettern, willst dein Seil zusammenpacken und hast aber keine Lust, dass es langsam zusammengeprimelt werden muss und gefaltet und so. Hier kein Problem. Du nimmst dein Seilende, knotest es hier einfach ganz normal fest, wie du es immer mit beiden Seilenden natürlich gemacht hast. Du nimmst die vier Ösen, die natürlich einfach mega praktisch sind, um das Seil auch von einer Route zur nächsten zu tragen. Du nimmst die Ösen, schüttelst einmal kräftig und das Seil ist hier unten in dieser eingelassenen Tasche versenkt. Mega praktisch, jetzt musst du nur noch hier oben ein bisschen zusammenknüllen, hier die Schlaufe drüber ziehen. Da gibt es hier einfach einen Haken, wo du es einhackst, hier in dieser Lasche anziehst, zack. Und dein Seilsack ist innerhalb kürzester Zeit fertig gepackt. Du hast gesehen, super praktische Sache. Zwei Dinge solltest du jetzt noch beachten. Erstens, wenn du ein sehr dickes und sehr langes Seil hast, dann wird es vielleicht irgendwann unpraktisch damit. Du hast diese Mulde, da hat einfach nur eine begrenzte Menge Platz. Andererseits, 80 Meter Seil geht gut, wenn du kein zu dickes Seil hast und vermutlich wirst du ein 80 Meter Seil nicht in 10 Millimeter Durchmesser nehmen. Die zweite Sache, ich sehe den Caddy vor allem als die perfekte Lösung zum Sportklettern. Für das Alpinklettern gibt es meiner Meinung nach viel bessere Lösungen. Aber für das Sportklettern ist es perfekt, wenn du wie hier jetzt in der Kletterhalle bist. Du nimmst einfach den Seilsack, packst aus, kannst ihn gemütlich rumtragen. Du kannst danach dein Seil schnell zusammenpacken und hast es wie ich hier einfach mit dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal. Wir informieren dich hier regelmäßig über neues Bergzeug. Also Kanal abonnieren, dranbleiben, nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal.